So, ich freue mich ganz sehr, dass Sie beide heute da sind, Herr Dr. König und Herr Ritter. Wir kennen uns schon aus den vorangegangenen Videos von Christoph König zum Thema Community Management, die wir im Abschnitt im Modul 3 schon eingebunden haben und freuen uns ganz besonders jetzt heute in unserer Live-Session die Informationen tatsächlich von dem Praxisbeispiel zu bekommen, wie Sie es geschafft haben, innerhalb von vier Jahren in Ihrer, wie Sie selber schreiben, als ehrwürdigen Gesellschaft eine aktive Community aufzubauen und denke, Sie können sich auch kurz zu Anfang selber vorstellen und wir freuen uns jetzt, was über das Community Management bei der DGQ zu erfahren. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von uns herzlich willkommen an alle anwesenden Teilnehmer und an alle nicht anwesenden, sich später dieser Aufnahme anhörenden Teilnehmer. Ganz kurz zu uns beiden. Mein Name ist, wie gesagt, Christoph König. Ich hatte mich in dem letzten Video schon ausführlich vorgestellt. Ich bin seit fünf Jahren jetzt Community Manager hier bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Von Haus aus bin ich Diplom-Pädagoge und mache seit ungefähr 13 Jahren in irgendwelchen Online-Communities. Ja, auch von mir. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Ritter. Ich bin seit jetzt anderthalb Jahren als Community Manager bei der DGQ angestellt, bin ausgebildeter Event Manager und habe mich in dem Bereich auch intensiv mit diversen Community-Plattformen und Community-Aufbau beschäftigt und auch in der Zeit davor ehrenamtlich schon länger in diversen Communities gearbeitet und nicht umgetrieben. Ja, was wir heute machen wollen, ist einmal kurz zehn Minuten erzählen, wie sehen die Communities bei der DGQ aus, wie funktionieren die. Das macht Stefan Ritter. Ja, und dann wollte ich nochmal Bezug nehmen zu den Modellen, die ich das letzte Mal vorgestellt hatte, mit so den Grundlagen, wie funktionieren Communities eigentlich, und so ein bisschen hingehen und sagen, okay, was von dem, wie wir arbeiten, findet man da. Auch da nochmal Zeit für Rückfragen und dann haben Sie gedacht, dass wir eigentlich gut 20 Minuten Zeit haben, am Schluss, um zu gucken, was Sie einbringen. Also, ob Sie sagen, ja, ich habe hier die Situation, weil Sie sozusagen nicht mal dieses Beispiel, dieses Praxisbeispiel bei uns und den Bezug auf das Modell, dann ist es relativ leicht, wenn Sie mit was kommen, zu sagen, okay, was heißt das denn in Ihrem Fall. Deshalb haben wir dafür geguckt, versuchen wir dafür so ungefähr 20 Minuten am Schluss übrig zu halten. Das ist der Plan für heute. Es geht immer einer von uns auf ein Bild raus, dann können wir, der guckt dann im Chat, das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder so, packen Sie die am besten in den Chat, der zweite liest dann mit und so wechseln wir uns ab und dann ist es für Sie, glaube ich, auch einigermaßen klar. So viel dazu und damit übergebe ich Herrn Stephan. Ja, genau, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, die sollten Sie jetzt auf dem Bildschirm haben. Den oberen Teil können Sie getrost ignorieren. Das ist interner Kram, mit dem wir uns im Moment beschäftigen. Das, wo es uns heute darum geht, ist insbesondere der untere Teil. Die DGQ ist, wie der Kollege König in der Ankündigung geschrieben hatte, ein altehrwürdiger Verein. Das heißt, der existiert seit über 60 Jahren mittlerweile. Und dort sind lange Strukturen im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt gewachsen. Es gibt Mitglieder. Diese Mitglieder wählen ihre Delegierten. Die wählen wiederum den Vorstand. Und die Mitglieder sind in verschiedenen Fachregionalkreisen und Arbeitsgruppen organisiert gewesen. 2011 standen wir dann vor der Herausforderung, dass diese kleinen Arbeitsgruppen innerhalb von drei bis vier Jahren ein Buch geschrieben haben und dieses Buch dann bei einem Verlag veröffentlicht haben. Es hat sich aber in der Zeit oder in den Jahren davor deutlich herauskristallisiert, dass diese Bücher kaum Absatz hatten, weil es einfach so war, dass die aufgrund dieser drei bis vier Jahre, die geschrieben wurden, teilweise einfach nicht mehr einen aktuellen Inhalt hatten. Dass der Inhalt für die Zielgruppen weniger relevant war und dazu konnte man aus unseren 6.000 Mitgliedern nur einen ganz kleinen Teil über diese Arbeitsgruppen betreuen und die haben einfach arbeitsmäßig nicht skaliert. Die Herausforderung war somit für uns formuliert, wie können wir unsere 6.000 Mitglieder oder möglichst viele der 6.000 Mitglieder aktiv einbinden und deren Wissen und Kompetenzen schnell und effizient für alle nutzbar machen, aber insbesondere auch für die Außenwelt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, die Fachkreise zu gründen. Fachkreise sind relativ große, offene Communities. Bei uns haben die eine Größe von bis zu aktuell 150 Personen in etwa und arbeiten sehr eng angelehnt an agile Prinzipien, die wir aus dem Scrum abgeleitet haben. Für uns war es wichtig in der Entwicklung der Fachkreise, dass die Strukturen skalieren. Wir haben mittlerweile zehn aktive Fachkreise. Der elfte Fachkreis zum Thema Wissensmanagement befindet sich gerade in Gründung. Das erste Treffen von dem findet in knapp einem Monat statt. Die Fachkreise organisieren sich inhaltlich komplett selbst. Das heißt, der Fachkreis wählt in seinem ersten Treffen ein Leitungsteam. Dieses Leitungsteam ist dann verantwortlich für die inhaltliche Arbeit des Fachkreises. Der Fachkreis selbst gibt sich eine Zielhierarchie. Das heißt, am Anfang legt der Fachkreis eine Vision, Mission fest. Wohin will er arbeiten? Daraufhin oder aus dieser Vision leiten sich dann verschiedene Themen ab, an denen gearbeitet wird. Das sind hier die Epics und das bricht sich wiederum runter in User Stories, die dann von den Fachkreismitgliedern relativ schnell bearbeitet werden können. Die Fachkreise oder diese Stories bilden wir ab in einem Kanban-Board. Ganz wichtig bei den Stories ist, dass der Fokus darauf liegt, dass die User zentriert sind und dass die Stories sich relativ schnell abarbeiten lassen und dass sie ein abgeschlossenes Ergebnis haben. Die Verwaltung, wie gesagt, läuft dann über dieses Kanban-Board. Es gibt einige Stories, die eben bearbeitet werden, einige, die fertig sind und die dann eben auch veröffentlicht werden und manche, an denen eben noch nicht gearbeitet wird. Die Stories werden von einem Story-Team bearbeitet, das sich relativ einfach und selbstständig zusammenfindet. Das heißt, es gibt eine Person, manchmal zwei oder drei, die sich dem Thema sehr nah fühlen und sagen, wir wollen dieses Thema vorantreiben oder diese Story. Und die arbeiten sehr intensiv daran und außerhalb dieses Story-Teams gibt es dann noch Interessierte, die ab und zu einen kleineren Beitrag leisten. Innerhalb eines Fachkreises gibt es dann natürlich mehrere Story-Teams, die eben an verschiedenen Inhalten arbeiten. Neben den Beitragenden und den sehr Aktiven gibt es noch das ein oder andere passive Mitglied in den Fachkreisen. Die sollen auch da sein, weil das Mitglieder sind in den Fachkreisen, die zum Teil einfach nur konsumieren, die mal ein Feedback geben oder vielleicht deren Themen noch nicht in Angriff genommen wurden. Wenn die Themen dann in Angriff genommen wurden, werden diese Passiven im besten Fall auch zu aktiven Teilnehmern. Wenn sie passiv bleiben, dann ist das für uns aber auch okay, weil es braucht einfach eine gewisse Masse in solchen Online-Communities. Wenn eine Story abgeschlossen ist, dann wird die über diverse Kanäle verteilt. Manchmal bündeln wir auch gewisse Ergebnisse zu einem Thema und geben die dann über eine Kampagne raus. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Wichtig ist, bei der Veröffentlichung haben wir verschiedene Kanäle, die wir nutzen. Unter anderem beispielsweise einen Vortrag in unseren Regionalkreisen. Das sind Veranstaltungen, meistens Vortragsveranstaltungen, bei denen DGQ-Mitglieder und Nicht-Mitglieder teilnehmen können. Und die können dann natürlich sehr direktes Feedback an das Story-Team geben. Auch von den anderen Veröffentlichungen erhoffen wir uns oder wünschen wir uns immer wieder Feedback, um diese dann von den Story-Teams weiter bearbeiten zu lassen und optimieren zu lassen, dass wir sie dann irgendwann auch in die Welt rausgeben können. Soviel jetzt erstmal zum Einstieg bzw. als Überblick, wie die Arbeit in den Fachkreisen funktioniert und was wir tun. Der Kollege König hat schon ein paar Fragen gesammelt oder ergänzen. Fragen gibt es keine, aber ich lasse mich mal gucken, ob das kommt oder dass sich jemand meldet. Was ich sonst ein bisschen noch ergänzen kann, ist, wie wir da hingekommen sind. Und Stefan hat das erzählt, am Anfang waren diese Arbeitsgruppen, die hatten sehr klare Erwartungen, wie man mit ihnen umgeht und so. Mit denen war ein Change nicht zu machen. Das heißt, die hatten den Vorteil, dass die Projekte organisiert waren, das heißt, man konnte die auslaufen lassen. Und wenn die ihr Buch produziert hatten, dann waren die fertig und dann konnte man sagen, okay, das ist gut jetzt. Dann schließen wir die Arbeitsgruppe, sodass man dann mit anderen Leuten was Neues anfangen konnte. Und das, was Stefan erzählt hat, diese Arbeit, also zum Beispiel dieses Kanban-Board, das ist was, was wir tatsächlich physisch, wenn wir uns treffen, drucken wir die Zettel aus und hängen die an die Wand. Und wir haben so ein Online-Tool, wo wir die auch abbilden. Das Online-Tool, das wir haben, ist unglaublich rudimentär. Das ist damals vor fünf Jahren angeschafft worden mit eigentlich viel weniger kollaborativen Anforderungen. Und wir haben es trotzdem damit gemacht, weil das war halt das, was da ist. Das ist so ein kleines Online-Community-Tool, in dem man bloggen kann, Rundmails verschicken kann, ein Forum hat, Dateien hochladen kann. Und es gibt so ein Mini-Task-Management-Tool, es gibt keine Revisionierung, es gibt kein Ticketing-System und nichts. Aber das geht. Und die Mischung in diesem Verein ist die Mischung aus Online und Präsenz ganz hilfreich gewesen. Dass man sagt, okay, das, was halt Online nicht geht, machen wir in den Präsenz-Treffen mit den Leuten. Wir haben ziemlich viel in den letzten Jahren so Design-Thinking-Elemente in die Moderation übernommen, sodass die Leute halt sagen, hey, so ein Treffen von einem Fachkreis ist richtig cool, das macht Spaß, da gehen wir hin. Und die Leute erleben halt, dass es einen Effekt hat, weil sie dieses Erfolgserlebnis haben, wir haben so ein kleines Ding und das haben wir abgeschlossen. Weil sie merken, dass die Dinge auf ein größeres Ziel einfallen und man irgendwie vorwärtskommt. Und weil immer, wenn wir was rausgeben und in diese Feedback-Schleife kommen, wo also wir die Leute diese Sachen an irgendwelche Gruppen geben, an andere Regionalkreise, an Weiterbildungsangebote und so weiter. Und die Teilnehmer-Feedback-Gruppe kommen, hilft es denen zu sagen, okay, taucht das, was wir entwickeln, können die Leute was damit anfangen? Oder gibt es Bereiche, über die wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben oder Probleme, mit denen wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben? Und können das in ihrer Arbeit aufnehmen? Das ist einfach für die Leute unglaublich motivierend. So viel erstmal zu dem, wie wir das aufgebaut haben. Dann mal so in die Runde, weil ich weiß nicht, ob Sie die Mikros freischalten können, Herr Liesch. So, Sie sind jetzt zu hören. Gibt es Fragen in der Runde? Gut. Dann habe ich vielleicht noch eine Frage. Diese User-Stories, wie fließen die denn in diese Ergebnisse der Fachgruppe mit ein? Wie werden die verwendet? Eine User-Story ist, also für die Leute, die Scrum nicht kennen, das ist eigentlich eine Formulierung, eine Aufgabe, als der und der User möchte ich das und das erreichen, das und das haben, um dieses oder jene Ziel oder Bedürfnis von mir zu erfüllen. Das ist so die Standardformulierung, wie man eine User-Story formuliert. Das heißt, wenn wir mit der Gruppe arbeiten, geht es darum, könnt ihr euch darauf einigen, was wollt ihr für wen machen und warum braucht er das? Das heißt, da ist diese User-Zentrierung drin, das Stefan gemacht hat. Und im Scrum sagt man, die User-Story ist nicht eine feste Definition dessen, was erreicht werden muss, sondern ein Diskussionsgegenstand, um den herum man immer wieder diskutiert, machen wir eigentlich noch das Richtige. Das heißt, diese User-Story leitet die Arbeit des Teams. Wenn wir dann ein Ergebnis fertig haben, ist es auch so, dass anhand der User-Story, also das Team kommt wieder ins Plenum oder das machen die auch online manche und sagen, hey, das ist das Ergebnis, was wir haben. Dann gleichen die Leute das mit der User-Story aus, zu sagen, hey, ihr habt gesagt, ihr wollt für unbedarfte Qualitätsmanager eine Anleitung machen, das und das zu tun. Aber was ihr geschrieben habt, ein unbedarfter Qualitätsmanager kommt damit nicht klar. Also, ihr habt nicht das gemacht, was wir für die Story brauchen. Oder, ja genau, ihr habt zwar nicht das gemacht, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben, aber wenn ich mir die Story vorstelle, denke ich mir, ja genau, als unbedarfter Qualitätsmanager kann ich genau mit dieser Checkliste was anfangen, obwohl wir ursprünglich gesagt haben, es soll eine Anleitung sein. So, das ist das eine. Also, es ist sozusagen, es steuert die Arbeit in dieser großen Community und das ist, das ist diese Stories und das kann man beutachten, das Kernartefakt der Story. Damit organisieren die ihre Arbeit. Das heißt, wir als Moderatoren zwingen die immer dazu, hey, ihr wollt an was arbeiten, habt ihr schon eine User-Story formuliert, warten sie euch mal, wir helfen euch. Aber andersrum hilft es, dass man einfach den Überblick hat, wer macht was und wir können dadurch sehr viel freilassen und die Leute können selbstständig eine Story formulieren, selbstständig daran arbeiten, solange sie sich an diese wenigen Eckpunkte im Prozess halten. Und wenn das dann fertig ist und rausgeht, ist natürlich für Marketing so eine User-Story-Formulierung Gold wert. Also, wenn die nicht einfach nur einen Text kriegen, sondern die sagen, hey, dieser Text ist für folgende Zielgruppe gemacht und er soll folgendes Bedürfnis erfüllen, dann wissen die ziemlich genau, was die damit anfangen können. Also, das sind so die zwei Funktionen, die User-Story-Formulierung. Ich habe vielleicht da eine Frage, wie ist das mit den Fachkreisen insgesamt losgegangen? Die waren ja jetzt nicht plötzlich mit einem Mal da, sondern wir reden ja über diesen Aufbau dieser Communities in einer altärwürdigen Gesellschaft, über diesen Prozess würde ich gerne noch etwas wissen. Wir haben am Anfang ein ganz offenes Mandat von der Geschäftsführung bekommen, mach das anders, mach das irgendwie dynamischer und experimentier mal. Das heißt, wir haben bestimmt drei Jahre außerhalb von Richtlinien gearbeitet, was für einen Verein, der 60 Jahre alt ist, auch schon, also das geht, aber dafür, das muss man erlaubt bekommen. Und haben dann im Nachhinein, als diese Struktur, die wir jetzt beschrieben haben, funktioniert, hat gesagt, so jetzt fassen wir das mal in eine Richtlinie. Und dann ist die Richtlinie über den normalen Weg gegangen, an den Vorstand und vom Vorstand freigeben und so. Und wir haben ganz viel experimentiert mit dem. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Und von dem, wie es entstanden ist, wir haben angefangen mit einem Fachkreis, der zum Thema Qualität und Projekte gearbeitet hat, mit dem wir eben auch die Methodik entwickelt haben, weil wir gesehen haben, im Umfeld unserer Mitgliedschaft ist das was ganz Essentielles, weil irgendwie jeder Qualitätsmanager vor der Herausforderung steht, auch in Projekten arbeiten zu müssen. Und hatten da eben auch Experten aus dem Projektmanagement mit dabei, haben ebenso dort zusammengearbeitet oder arbeiten noch immer mit der Gesellschaft für Projektmanagement zusammen und haben gemeinsam mit denen eben diese Strukturen aufgebaut und in einem ersten Schritt nur mit diesem ersten Fachkreis ausprobiert. Dann im ersten Jahr kamen noch zwei oder drei kleine dazu, die dann dieses erstmals fertige System mit übernommen haben. Und dann fühlen wir immer wieder in unsere Mitglieder rein bzw. hören in Onlineforen bzw. auf unserer Mitgliederplattform, schauen, welche Bedürfnisse da sind. Es gibt immer wieder Anfragen von verschiedenen Mitgliedern oder von kleineren Gruppen, die gerne zu einem gewissen Thema arbeiten würden. Und wir prüfen dann, wie groß die Gruppe ist, wie groß das Interesse ist und setzen uns dann eben mit denjenigen zusammen, die das initiiert haben, um gemeinsam zu gucken, lohnt es sich da zu starten mit einem Fachkreis und bauen das dann langsam auf. Also damit ein Fachkreis gegründet werden kann, wenn man sich hier dieses Überblickbild sieht, braucht es so ein paar Zutaten. Das braucht ein Thema, an dem die Leute arbeiten können und für das es Interesse da draußen gibt. Wir brauchen schon ein paar Leute, wo wir sagen, okay, wir wissen, das sind Leute, die würden sich sehr stark engagieren, die würden vielleicht ins Leitungsteam gehen. Man kann so ein bisschen gucken, wie ist denn die Motivlage, wie ist die zum Beispiel bei Trainern in der Weiterbildung, bei Mitgliedern, die in einer Firma sind und da Qualitätsmanager sind, bei Mitgliedern, die selbstständig sind und als Berater ihr Geld verdienen, bei Leuten, die ihren Expertenstatus haben, bei Leuten, die dieses Thema eher nicht kennen. Was ist die Motivlage, was würde denen in Austausch bringen? Wie viele Leute erreichen wir, wenn wir so Marketingfragen, so Leute, die irgendwie mit dem Thema interessiert sind, wie viele Leute erreichen wir eigentlich? Also kriegen wir da genügend zusammen? Und wenn man das hat, dann kann man das ausprobieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich für uns auch, gerade jetzt aktuell zu schauen, wo wir eine relativ große Masse an Fachkreisen schon haben, was passt im Moment strategisch am besten mit rein, Vorstand oder die Delegiertenversammlungen äußern natürlich auch immer wieder Wünsche, in welche Richtung inhaltlich gearbeitet werden soll. Und da schauen wir dann natürlich auch aktiv in die Community rein, tragen einzelne Kontakte an, ob ein Interesse bestehen würde, diese Themen voranzutreiben. Also da gibt es nicht ein Patentrezept, so wird ein Fachkreis gegründet oder so passiert das, sondern das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren, weil die Themen ja auch auf unterschiedliche Weise reinkommen. Was ich mal machen kann, ich kann mal rübergehen in den zweiten Teil, weil das so ein bisschen erklärt, wie dieses Konzept entstanden ist. So, das ist jetzt die Krise vom letzten Mal, der ich jetzt mal so ein bisschen frei rumnavidiere. Also, was Stefan erzählt hat, dass wir verschiedene Fachkreise haben, wir haben zehn Fachkreise. Jeder Fachkreis hat entwickelt eine Vision, die Themen, an denen die arbeiten und die Stories. Und dann innerhalb des Fachkreises haben wir die einzelnen Gruppen, die sagen, wir arbeiten an einer Story. Das ist so ein bisschen diese Clusterstruktur, die ich gezeigt habe. Also, zentrales Artefakt eines jeden Fachkreises. Das wäre, wenn ich jetzt hier reingehe, dann wäre sozusagen ein Fachkreis ist eine, so eine Sub-Community. Da gibt es ein Leitungsteam und da gibt es als zentrales Artefakt eben dieses Kanban-Board. Als Schnittstelle nach draußen geht die Vision. Warum? Das heißt, wir können sagen, hey, es gibt zehn Fachkreise und der Fachkreis hat die Vision, der Fachkreis hat die Vision, der Fachkreis hat die Vision, der arbeitet an den Themen, der arbeitet an den Themen. Dadurch kann man die ganzen miteinander verknüpfen. Ja, und dann kann man sagen, der und der und der Fachkreis, die arbeiten an folgendem übergreifenden Thema, weil man die Themen zusammenstecken kann. Und innerhalb des Fachkreises haben wir dann wieder diese Clusterstruktur, dass sich Untergruppen bilden, die sagen, ja, wir arbeiten an dieser Story und wir arbeiten an dieser Story. Und erst wenn man dann in ein Story-Team geht, da sagen wir, da interessiert uns die Struktur nicht mehr, arbeitet wie ihr wollt, solange ihr euch an dieser Story haltet und eure Ergebnisse nach bestimmten Regeln veröffentlicht. Also das ist, da, so findet sich zum Beispiel diese Clusterstruktur wieder und wir merken, die muss man immer mehr anpassen. Also wenn ein Fachkreis über ein bestimmtes Maß wächst, braucht der mehr Strukturen. Kleiner Fachkreis von 30 Leuten kommt vielleicht aus ohne diese Zwischenebene Themen. Der sagt, wir haben eine Vision und drei Storys dazu fähig. Aber wenn er ein bisschen größer wird, taugt das nicht mehr. Wenn er noch größer wird, reicht vielleicht auch das Leitungsteam von vier Leuten nicht mehr. Man muss sagen, es gibt noch ein paar Leute, die sind in verschiedenen Story-Teams aktiv und dann gibt es einen größeren Kreis von acht, neun Leuten, die haben so den Überblick. So passt man diese fraktale Struktur immer mit dem Wachstum an. Wenn es mehr Fachkreise gibt, müssen wir vielleicht neue Strukturen erfinden, wie 20 Fachkreise sich untereinander koordinieren und die Leitungsdiensteam dieser Fachkreise sich koordinieren. Das ist so diese fraktale Ebene. Das passt man eigentlich immer daran an, dass man guckt, was ist die kleinste Einheit, die autonom arbeitet, das hier. Und wie kann ich die gut miteinander lose verkoppeln, sodass jede Einheit für sich arbeiten kann, aber die genug voneinander wissen und sich aneinander andocken können, wenn sie es brauchen. Das ist wirklich so eine Netzwerksicht. Was die technischen Interfaces angeht, sind wir, habe ich gesagt, die Plattform ist relativ rudimentär. Da haben wir gar nicht so irre viel. Also viele Social Media Plattformen, da ist es ja wirklich, dass die Technik diktiert, was man machen kann. Wir hier als Verein und einfach, weil wir gar nicht die technischen Möglichkeiten hatten, haben das dann über Spielregeln, Richtlinien, Anleitungen, wie funktioniert was oder einfach durch die aktive Moderation. Wir moderieren halt das Treffen so und so. Wir machen das halt so und so. Aber zum Beispiel ist dieses ganz zentrale Schnittstelle, wenn ich irgendwo in einem Fachkreis mitarbeiten will, dann muss ich eine Story finden. Und wenn ich in das Treffen gehe, die Story formuliere, Mitstreiter finde und dann wir daran arbeiten. Ohne Story geht gar nicht. Das ist so dieses Schnittstellen-Thema. Wobei das, wie gesagt, bei uns hier nicht sehr technisch ist. Wenn man da mehr technische Möglichkeiten hat und auch offener ist als in einem Verein, dann kann man da viel mehr über technische Wege machen. Dieses Hineinwachsen, das funktioniert total gut. Und das war was, wo wir ganz schnell immer, also von Anfang an immer gesagt haben, diese Communities müssen offen sein und wir müssen möglichst weit rausdenken. Also die Experten, die an einem Thema arbeiten wollen, die denken erstmal nur an sich. Die denken, wenn wir hier zehn Leute sind und können gemütlich miteinander arbeiten, sind wir glücklich. Sagen, nee, wie könnt ihr eure Arbeit so offen und so transparent machen, dass 20, 30 Leute, die nicht so intensiv mitarbeiten wollen, trotzdem mitbekommen, was ihr tut und sich irgendwie einbringen können. Wie könnt ihr eure Aufgaben so klein schneiden, dass jemand, der sagt, hey, ich kann nicht viermal im Jahr zu einem Treffen kommen, aber ich kann vielleicht einmal im Jahr kommen und noch ein paar Mal, zwei Stunden irgendwo an was arbeiten, dass der sich einbringen kann. Wie könnt ihr auch die Arbeit so klein schneiden, dass jemand, der noch weiter draußen ist und der sagt, ich kann ein paar E-Mails im Jahr lesen und wenn hin und wieder mal eine Frage gestellt wird, kann ich sagen, oh, den Text lese ich mir durch, ich gebe euch Rückmeldung dazu und das war's, dass der sich einbringen kann. Das ist so immer diese Überlegung, wie kriege ich das, was der Fachkreis tut, so gestückelt, dass es große und kleine und mittlere und ganz kleine Stücke gibt, so dass jeder einen Ansatzpunkt findet, wo er sagt, hey, da kann ich mich produktiv einbringen. Und dann immer zu schauen, wie muss ich die Arbeit dem präsentieren, damit er mit seinem Wissenstand, also wenn er ganz weit draußen ist, mit einem sehr geringen Wissenstand, was damit anfangen kann und auch wer selber für sich was rausholen kann. Wie kann ich die Arbeit präsentieren, dass jemand, der schon ein bisschen versteht, ah, da gibt es diesen Fachkreis und die machen das, dass der merkt, was ist der nächste Schritt, wie kann ich mich mehr einbringen. Auch da, weil wir uns viel vor Ort treffen, passiert einfach viel dadurch, dass er kommt zu uns und dann werdet ihr schon mitgenommen. So, jetzt gucke ich mal gerade. Das klingt jetzt gut, die zehn Leute, die da jetzt in einem stillen Kämmerlein zusammen an der Aufgabe arbeiten wollen, die dazu zu bekommen, die so klein zu schneiden, dass externe mit da rankommen. Spannend ist ja die Sache, wie bekommt man die zehn Experten dazu, jetzt so zu denken, was sind da typische Beispiele, wie ich das so offen gestalte, dass eben auch jemand für zwei Stunden dazuarbeiten kann. Gibt es da bestimmte Erfahrungen? Ja, also das, auch da gibt es kein Patentrezept in dem Sinne, man, die Gruppen lernen oder wir unterstützen die dabei, Formulierungen, gerade bei diesen User Stories so zu wählen, dass sich Externe oder dass sich Dritte angesprochen fühlen. Und was eben ganz wichtig ist, das ist ein Grundprinzip auch der Fachkreise und der Arbeit in den Fachkreisen, dass es nur über eine sehr offene Kommunikation, über Teilen von Wissen und Kompetenzen und Erfahrungen funktioniert, schnell gute Ergebnisse zu produzieren, die für andere relevant sind. Das heißt, wenn nur einer oder zwei Leute ihr Wissen zu einem Thema eingeben, überhaupt nur eingeben können, dann ist das Ergebnis für wahrscheinlich viel weniger Personen relevant. Und das ist eben dann so eine Formulierung, wie man die Story formuliert. Ja, also zum Beispiel, wenn man es denen einmal erklärt, dann ist es für die zehn Experten total einsichtig, oh ja, stimmt, wenn wir das Feedback kriegen, dann haben wir mehr davon. So, dann, wir zwingen die Leute in Stories zu arbeiten. Das ist schon mal viel kleiner gebrochen, als wir wollen ein großes Buch zu Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie schreiben. Das heißt, da ist sozusagen die Einheit dessen, woran kann man mitmachen, ist, was schafft ein kleines Team von Ehrenamtlichen in einem Quartal. Wenn es länger braucht als ein Quartal, dann sagen wir, das Recht ist kleiner in kleinere User Stories. Dann sind die manchmal an einem Punkt, wo sie sagen, okay, wir haben schon ein Ergebnis, aber wir sind uns noch nicht so sicher, haben wir alle Fälle berücksichtigt. Wir wissen nicht, ob das auch in anderen Branchen taugt. Dann zu sagen, okay, gibt es an die Mitglieder und hier ist eine Rückmelderadresse oder gibt es an die Mitglieder des Fachkreises, an die vielen Passiven. Und mit einer ganz präzisen Frage zu sagen, hey, könnt ihr das benutzen oder vorher noch schon, was sind eure typischen Probleme? Ganz einfache Frage. Erzählt uns, was sind eure typischen Probleme zu dem Thema des Fachkreises. Also wenn wir jetzt ein Fachkreis Wissensmanagement haben, gründen wir übrigens demnächst, also im Fachkreis Wissensmanagement, was sind eure typischen Probleme? So, da kann man sich hinsetzen und eine Mail runterschreiben und die hinschicken, an eine Adresse, die da angegeben ist. Dann sammeln sie die und sagen, guck mal, das sind die typischen Probleme. Jetzt machen wir eine Umfrage, an welchen sollen wir als erstes arbeiten? Oder, so, wer hat Interesse an dem und dem Thema was zu machen? Okay, wir haben eine Anleitung geschrieben, woran erkenne ich denn überhaupt, dass dieses Problem ist und was sind mögliche Lösungsmöglichkeiten? Hey, wo waren die Leute, die gesagt hatten, sie haben das Problem? Könnt ihr was damit anfangen? Könnt ihr was damit anfangen? Das ist eine ganz kleine Frage. Ja, also indem wir die anleiten, in solche zyklischen Verbesserungen und in Dialoge zu gehen, entstehen eigentlich diese kleinen Schnittstellen ganz von allein. Und das, was Christoph König jetzt gerade so ein bisschen im Subtext mitgesagt hat, dass wir immer ganz aktiv die User ansprechen, also direkt in Dialog treten und direktes Feedback, direkte Interaktion einfordern. Funktioniert eben zum einen viel über Online-Maßnahmen, das heißt, wir schreiben Mails an gewisse Verteiler, die wir rauskristallisieren können. Wir schreiben manchmal auch Gießkan-mäßig an ganz großen Verteiler, wo wir eine Rückfrage bekommen oder wo dann sich auch Experten finden, die zu einem Thema was sagen wollen. Da die DGQ auch jetzt nicht so eine unfassbar große Mitgliedschaft hat, kennen wir viele der Mitglieder eben auch relativ gut und können einzelne Experten rauskristallisieren, die zu einem Thema was sagen können. Und die kennen natürlich auch zu ihrem Fachgebiet Kollegen, die ähnlich fit sind oder die vielleicht noch mal einen kleinen anderen Schwerpunkt haben. Und diese Experten schnürt man dann einfach zusammen. Frage damit soweit beantwortet? Nein, es ging jetzt gerade zum Ende zu auf die Frage mit ein, weil für mich war dieser Ablauf noch ein bisschen unklar. Wie kriege ich die Leute außen eingebunden? Wie erfahren die überhaupt davon, dass es dort jetzt eine Story gibt, wo ich was beitragen kann? Wie erfahre ich von dieser Frage? Sie haben das jetzt ein bisschen erwähnt mit diesem, zum Beispiel die E-Mails voraussuchen, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben eine ganz rudimentäre Technik. Habe ich jetzt überlegt, wie kommunizieren jetzt diese 150 Leute aus dem Fachkreis miteinander, nur auf den vier Treffen? Oder wie erfolgt dort dieser Informationswissensaustausch, die Kommunikation in dem Fall? Okay, also ganz so rudimentär ist die Plattform auch nicht. Es gibt eben, also wir haben eine Mitgliederplattform, auf der die Arbeit der Fachkreise stattfindet. Und jeder Fachkreis hat da seinen eigenen Bereich und wir kommunizieren über die Website der DGQ, welche Fachkreise es gibt. Und da kann man sich dann eben einschreiben in den Fachkreis. Innerhalb des Fachkreises wird dann eben über den Fachkreis, also über den internen Bereich kommuniziert. Da kann man sich sozusagen auch die Informationen aus dem Fachkreis quasi als RSS-Feed ähnlich abonnieren. Das heißt, man bekommt mit, wenn eine Meldung geschrieben wird. Oder das Leitungsteam oder wir schreiben eine Rundmail erstmal an alle Mitglieder des Fachkreises. Wenn das Ergebnis dann fertig ist, dann können wir das beispielsweise an alle Mitglieder kommunizieren. Die DGQ hat dann noch verschiedene externe Medien, wie eben ein Newsletter, unsere Website, unseren Blog. Wir haben natürlich auch unsere Pressepartner, über die wir dann diese Themen schon kommunizieren und weiterleiten und auch an die Öffentlichkeit bringen. Und verbessern unsere Technik und unsere Datenbanken, die dahinter liegen, gerade im Moment auch relativ stark, um da eben noch gezielter oder noch besser die Teilnehmer oder die Interessenten zu erreichen. So, und dann gibt es noch einen Aspekt, den haben wir bisher mit Absicht gar nicht beleuchtet. In der Kredite das letzte Mal, wo ich die Grundlagen erzählt habe, habe ich ja relativ viel über die ökonomischen Grundlagen. Also was ist das eigentlich, was in so einer Community produziert wird und wie verhält ich das und diese Idee von, wenn es ein Konflikt gibt, dann kann die sich ausspalten. Wo ich gesagt habe, das hängt im Wesentlichen am Lizenzmodell. Wir haben tatsächlich jetzt, gar nicht so lange her, Ende letzten Jahres ein Lizenzmodell für die DGQ, Fachkreise entwickelt. Und wenn man eine ganz offene Community hat, dann ist CopyLeft tatsächlich ein relativ gutes Modell, weil es einfach die Möglichkeit gibt, dass jeder weiß, ich kann mir das Ding nehmen und weiterentwickeln. Ich brauche nicht fragen, aber ökonomisch macht es überhaupt keinen Sinn, das zu nehmen und im eigenen Kämmerlein weiterzuentwickeln, weil ja diese Community viel produktiver ist, als man alleine und weil sie so offen ist. Also was macht man? Man dockt sich an sie an. Das heißt, jeder, der irgendwie was damit machen will, hängt sich im Endeffekt an die Community ran, außer es gibt wirklich, wirklich gute Gründe, das separat zu machen. Jetzt haben wir gesagt, wir haben das Problem, dass wir ein mitgliederbasierter Verein sind. Das heißt, wir konnten nicht hingehen und sagen, wir geben das an alle raus und jeder kann mitmachen, sondern wir mussten irgendwo diese Grenze setzen, ab hier musst du Mitglied sein. Und haben tatsächlich einen Experten gefunden, der sich sehr mit diesen Creative Commons Lizenzen gut auskennt, ein Jurist und haben mit dem zusammen ein Lizenzmodell entwickelt, das nach ganz ähnlichen Prinzipien wie Creative Commons sagt, okay, wenn du im Fachkreis bist, kannst du im Fachkreis alle Inhalte, die du da findest, benutzen und weiterentwickeln, aber es braucht einen Beschluss des Fachkreisplenums, wenn wir die Inhalte aus dem Fachkreis rausgeben. Wenn du Mitglied bist, kannst du alle Mitinhalte, die die Fachkreise eben rausgegeben haben, benutzen, weiterentwickeln und so weiter. Das heißt, wir haben auf der Ebene auch dieses Recht zu forken, ein Derivat zu machen. Also ein Mitglied kann etwas nehmen und weiterentwickeln, auf eine andere Art und Weise, als es der Fachkreis tut. Aber du darfst es halt nur nutzen, solange du Mitglied bist. Und wenn du nicht mehr Mitglied bist, dann hast du das Recht, das zu nutzen eben nicht mehr. Und dann gibt es Inhalte, wo wir sagen, die sollen jetzt raus an die Welt. Und dann nehmen wir einfach diese Creative Commons Attributional Derivates, also du musst sagen, von wem es kommt, und du darfst es nicht verändern, Lizenz, und hauen das raus in die Welt. Sodass wir da auch sagen, wir haben uns sehr stark an dieser Almende-basierten, an der Logik von Almende-basierter Produktion, von Informationsgütern orientiert, und wir haben diese Modelle, eigentlich die Bauscheine, die Creative Commons hat, genommen und anders zusammengesetzt. Plus halt eben diese Mitgliederrestriktionen draufgesetzt. Und bis jetzt funktioniert das total gut. Wir haben erste Inhalte, die jetzt nach diesem Modell an die Mitglieder oder an die Öffentlichkeit gehen. Und das Spannende ist, dass wir tatsächlich mittlerweile auf Probleme stoßen haben, die wir vorher nicht gedacht haben, und die innerhalb dieses Lizenzmodells relativ gut beantworten können. Also die Leute sagen, ha, ich will mit diesem Inhalt einen Vortrag in einem Regionalkreis machen. Darf ich das? Ja, darfst du, weil du bist Mitglied, und das Ding ist unter der Mitgliederlizenz, und du darfst damit machen, was du willst, und du brauchst noch nicht mal fragen. Aber wenn du was veränderst, gehst du zurück an den Fachkreis. Also das funktioniert. Das heißt, das ist so ein bisschen wie, diese Lizenzen sind so ein bisschen wie die Gesetze der Community. Und das ist was, was, glaube ich, ganz zentral ist, wenn man eine Community aufbaut. Dieser Fluss der Informationsökonomie, wer darf was womit machen, und muss auch irgendjemanden fragen, oder unter welchen Bedingungen darf er das verwenden. Das ist ganz zentral. Das festzulegen, also wir hatten halt den Vorteil, dass wir über den Verein, und über diese Vorgabe, okay, ein paar Jahre dürft ihr ohne Richtlinie arbeiten, hatten wir erstmal Zeit zu experimentieren, das ist okay. Man muss dann halt nachträglich die ganzen Rechte einholen. Und bei den Open Source Projekten ist es ja so, dass die Leute häufig sagen, okay, wir fangen einfach an und setzen das Ding unter die Lizenz. Und das regelt dann relativ stark die Dynamik, wie das funktioniert. Diese ganzen Open Source und Creative Commons Lizenzen sind ja auch nicht widerrufbar. Also wenn man einmal was unter so eine Lizenz gestellt hat, dann ist das unter die Lizenz. Und wenn jemand anders das geholt hat, dann hat er diese Rechte, die da mitgegeben werden, und die sind nicht widerrufbar. Insofern muss man sich so gut überlegen, wie man das macht. Und es ist gut, dass wir lange gewartet haben, bis wir sicher waren, okay, das ist ein Modell, das funktioniert. Und das zeigt vielleicht auch, wie weit wir gegangen sind, die Kontrolle freizugeben. Dass wir gesagt haben, hey, wenn das Ding einmal ein Mitgliederergebnis ist, dann ist eben dieses Derivatebilden möglich. Also ein Mitglied kann das nehmen und zu einem anderen Zweck auch kommerziell auch selber Geld damit verdienen, verwenden, solange es nur eben weiter unter der Lizenz vertraut. Ich habe noch eine Frage an die Gruppe. Gibt es noch weitere Fragen aus der Gruppe heraus? Ich hätte jetzt noch eine zu den typischen Aufgaben, die Sie jetzt als, auch den Aufgabenumfang, die Sie jetzt als Community Manager so leisten müssen. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was sind so die typischen Aufgaben, Herausforderungen, Tätigkeiten? Also wir haben es für uns so gelöst, dass wir erstmal sehr rollenbasiert arbeiten. Das heißt, wir haben für uns drei Rollen entwickelt, die die unterschiedlichen Dimensionen der Arbeit beinhalten. Das ist zum einen die Rolle des Lotsen. Das ist derjenige, der die Fachkreise oder die Communities steuert, der denen eine gewisse Richtung gibt. Wir sehen unsere Fachkreise als so eine Art Ozeandampfer, der aus einem Hafen rausfahren muss. Und wenn er auf hoher See ist, dann hat der erstmal Fahrt und ist auch nicht so leicht zu bremden. Aber an der einen oder anderen Stelle braucht er eventuell nochmal eine kleine Hilfe, um in Hafen zu steuern oder durch den Kanal zu fahren oder sowas. Und das ist die Aufgabe des Lotsen, dort dem Fachkreis eben so die Richtung nochmal zu geben. Ansonsten arbeiten die eben sehr, sehr frei, zumindest was die Inhalte angeht. Bei diesen Lotsenaufgaben arbeiten wir beide in dem Fall komplett redundant. Das heißt, wir bilden alles, was wir tun, auf einem Online-Tool ab, wo wir jede Frage jederzeit beide beantworten können. Lotsenarbeit heißt für uns auch, ganz aktiv die Fachkreise, wenn die sich treffen, zu moderieren. Zu moderieren heißt aber in dem Fall wirklich nur den Prozess zu steuern und nicht oder möglichst nicht in die Inhalte zu gehen, weil gerade mittlerweile auch bei der Masse der Fachkreise, die es gibt, schafft man das gar nicht mehr, in jeden inhaltlich so tief einzutauchen. Die zweite Rolle, die wir uns gegeben haben oder die wir für uns festgelegt haben, ist die des Architekten oder des Ingenieurs, der sozusagen die Wege oder die Leitplanken für die Arbeit der Fachkreise kreiert. Die Infrastruktur braucht. Genau. Das heißt, einerseits die Online-Plattform mitentwickelt, die rechtlichen Strukturen mitentwickelt, die Treffen optimiert, die Strukturen innerhalb der Fachkreise optimiert, die Kommunikationsstrukturen, die zwischen, also im Fachkreis sind, die mit dem Fachkreis und uns als Community Management bestehen, die mit dem Fachkreis und anderen Mitgliedern der DGQ bestehen und so weiter und so fort. Und die dritte Rolle, Also ganz konkret, wir hatten eine Phase, da haben wir ganz viele Anleitungen geschrieben, weil die Fachkreisleiter wurden immer autonomer, aber die waren so am Schwimmen. Und dann haben wir deren Fragen gesammelt und immer, wenn die mehrfach aufkamen, dann haben wir einen großen Raum gebaut, wo ganz viele Anleitungen waren. Dann haben wir das ganz stark nach deren Fragen strukturiert. So, und das ist eine Ressource, die die jetzt benutzen. Dann sind wir im Moment in der Phase, wo die Fachkreise relativ viel Sachen produzieren und wir Prozesse entwickeln zwischen Fachkreis und Marketing und da abstimmen und da Strukturen bauen und dann eben auch sagen, okay, so und so könnt ihr das machen. Wenn ihr einen Blog schreibt, dann brauchen wir das und das von euch. Solche Dinge. Und es gab Zeiten, wo einfach auch allein schon dieses Reingehen und sagen, nee, ihr müsst aber nach User Stories arbeiten, einfach die, ja, oder wo wir diese Art zu arbeiten mit denen entwickelt haben, was auch ja eine geistige Infrastruktur ist. Oder eben die Phase, wo wir die Lizenz geschrieben haben. Das ist auch eine rechtliche Infrastruktur. Ja, genau. Und die dritte Rolle ist dann die des SCOUT. Das ist sozusagen dann derjenige, der schaut, wo könnte die Arbeit der Fachkreise noch Auswirkungen haben. Das ist jetzt bei uns als Beispiel die Weiterbildungsprodukte, die wir anbieten, die ganz anders aufgestellt sind, die ganz anders funktionieren und entwickelt werden. Aber die Arbeit unserer Experten in den Fachkreisen ist mittlerweile so groß geworden, dass es einen Einfluss auf das gibt, was in der Weiterbildung passiert und dass ein Einfluss auf die Produkte passiert. Und da dann gemeinsam mit den Kollegen Wege auszuloten, die Arbeit oder die Ergebnisse der Fachkreise dort einzubinden. Oder Ergebnisse aus den Fachkreisen für unsere eigene Arbeit zu nutzen. oder neue Wege zu kreieren, wie Fachkreise sich präsentieren können in der Öffentlichkeit. Wie die, dass die selber eine Art von Produkten entwickeln und diese gemeinsam mit denen zu entwickeln. Also wirklich Neuland zu betreten und uns zu überlegen, in welche Richtung könnte es denn vielleicht gehen von der Entwicklung her. Das ist so die Aufgabe des Scouts. Und ich glaube, diese drei Rollen spiegeln ganz gut das wieder, was wir täglich tun und wie wir uns eben auch aufteilen. Jeder hat so seine, seinen Schwerpunkt, sage ich mal. Aber wir teilen uns das eigentlich ganz gut auf. Merken aber, dass die Arbeit täglich auch wächst und wer immer wieder, sobald gerade der Scout ein neues Fleckchen entdeckt hat, das schnell relativ groß wird, dieses Fleckchen. Also das ist, Scout ist ganz wichtig, weil, also wenn die Community wächst, wenn die wächst, also man muss die betreuen, das heißt als Lote muss man so ein Moderator sein. Wenn die Community nur online ist, muss man ein guter Online-Moderator sein. In unserem Fall ist es halt beides, dann heißt das, man muss ein guter Präsenzmoderator und ein guter Online-Moderator sein. Damit ist das erstmal abgehakt. Dann kann man die Leute begleiten. Architekt heißt zu verstehen, wie funktioniert eine Community, was brauchen die zuhören können und einfach verschiedene Lösungskonzepte haben für, wie strukturiere ich eine Community. Also genau das, was in diesem ganzen Modell drin steckt. Wie baue ich eine fraktale Struktur, wie modularisiere ich die Arbeit, wie kriege ich die Aufgaben so, dass Leute reinwachsen können und wie gehe ich mit Konflikten um und eventuell was für eine Informationsökonomie habe ich und wie regele ich die und das aufbauen zu können. Das ist okay. Und Scout, das ist wirklich das, wo ich sage, okay, da brauchst du Erfahrung, weil das ist ein Gefühl dafür zu haben, oh, gucke mal, da hinten in der Ecke, da passiert was. Das ist jetzt noch total egal, aber wenn wir 300 Leute mehr sind und das nicht gelöst haben, dann haben wir ein dickeswertes Problem. Und das zu sehen und da frühzeitig sich drum zu kümmern, weil die Community immer weiter wächst und weil eben, wenn man so viel Freiraum lässt, wenn man auch die Lizenzen und die Selbststeuerung und dann geht sowas aus dem Ruder und man hat irgendwie einen großen Konflikt an der Backe, dann knallt es irgendwie und das muss man einfach permanent beobachten und gucken, dass das nicht schief läuft. Also wenn Sie sowas in einem Unternehmen starten, kleinem Unternehmen, die soziale Kontrolle nochmal größer, da trauen sich die Leute weniger, aber das ist einfach richtig, da immer einfach alle Antennen überall rauszulehnen und zu gucken, was passiert denn da und das muss ich mal beobachten und gucken, ob das häufiger vorkommt oder das ist ein Problem. Lasst doch schon mal mit dem und dem reden, wie wäre das denn, wenn es viel mehr von solchen Versuchen gäbe, dies und jenes zu machen, wie fändet ihr das? Würdet ihr mitmachen wollen? Also das sind so die drei Dinge. Ja, und das ist auch was, was du gerade gesagt hast, bei einer relativ internen Community in einem geschlossenen Bereich ist das Ganze relativ gut zu handeln, weil es eben sehr gute Strukturen meistens gibt und auch soziale und politische Vorgaben, die herrschen, wenn es dann aber darum geht, beispielsweise eine Kunden-Community zu betreuen oder aufzubauen, dann wird es schon sehr, sehr diffus und dafür braucht man sehr, sehr viel Erfahrung und Feingefühl, um in diese Kunden reinzuhören und die eben auch steuern zu können, weil die sind eben nicht mit der Unternehmenswelt in dem Sinne sozialisiert, sondern die haben ihren ganz eigenen Kopf und ihre eigene Art, Dinge auszudrücken, aber das kann für Produktentwicklungen für Dienstleistungsentwicklungen total wertvoll sein, diese Leute mit einzubeziehen und in eine gewisse Richtung zu lenken. Also das ist, glaube ich, ist eine Kunden-Community das Heikelste, was es gibt, weil, also, wenn man die einmal aufgebaut hat und dann ist die nicht einverstanden, dann spaltet sie sich ab von dem Teil der Community, den man selber gemacht hat, hey, wir machen unser eigenes Ding auf was auch immer, Facebook, wo auch immer, dann haben die ja schon ganz viel Power und, aber das Unternehmen hängt dran, weil das sind deine Kunden, wohingegen eine reine Open-Source-Community ohne kommerzielles Interesse, die haben relativ gute Selbstheilungsmechanismen und wenn es da knallt und die sich aufteilen und so, dann hat man das auch erlebt, dass die nach zwei Jahren wieder alle zusammenkommen und so, das ist, das kann man, da kann man ganz viel Konflikt tolerieren und laufen lassen. Bei einer Kunden-Community ist es ganz heikel, bei einer internen Community, wo, wie gesagt, eine Organisation ist, wo die soziale Kontrolle und der soziale Druck, sich ordentlich zu verhalten, sehr hoch ist, passieren so Dinge einfach nicht. Das ist immer so die ganze Spannbrache. Oder aber sie schwelen relativ lange unten runter und dann knallt es wirklich. Das ist so bei einer unternehmensinternen Community, wenn man in so einer agilen Form arbeitet, auch eine Gefahr, die einfach besteht und da merken wir, dass ein sehr offenes und transparentes Vorleben ganz, ganz hilfreich ist. Das ist ein, ein, ja, für uns eine Philosophie, der wir nachgehen, wirklich ganz offen, ganz klar zu sagen, das ist und das ist nicht und das können wir und das können wir aber auch nicht. Da wirklich sehr, das, was wir von, von, von den Mitgliedern der Community erwarten, eben entsprechend vorzuleben. Das ist da das, was aus unserer Erfahrung am besten funktioniert und, und, was man eben auch, wenn man sich mit Kollegen in Communities austauscht, was die meisten Experten dort auch sagen. Und wo die DGQ auch einfach als Verein echt cool ist und, ähm, äh, ja, wenn, wenn dann in den Fachkreisen andere Meinungen entstehen und man sagt, hm, das war eigentlich nicht so das, was wir bisher vertreten haben, dann man eben nicht versucht, das abzuwirken, sondern sagen, okay, da scheint Substanz hinter zu sein und, ähm, das ist, äh, ja, wenn man da eine Organisation hat, die, die da die Kontrolle nicht aufgeben will, dann muss man sich überlegen, wie viele Öffnungen man, man zulässt. jetzt gucke ich gerade mal da rein. Ja, ich würde eventuell den Herrn Hohle fragen und auch freigeben, ob er das selber formulieren möchte, die Frage. Ich, Herr Hohle, sehe, genau. Das ist, äh, besonders spannend, halt eben offen, Transparenz und auch Fehlerkultur. Äh, sind das ja Themen, die, die ja, Voraussetzungen sind. Vorsichtig, das können wir jetzt als Satz formulieren, aber wie, das ist ja eine Kultur. Ja, wie kriegt man das, wie kriegt man das, äh, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie kriegt man das infiltriert, wie kriegt man das hinein, wenn es das bisher nicht gab? Also, ein Rezept kann ich Ihnen nicht geben, aber ich kann Ihnen ganz konkret erzählen, wie wir es in der DGQ gemacht haben. Die hatte in den, in den 80ern gab es tatsächlich einen Begriff, der auch noch lange umhergeschwirt ist, das ist die Lehrmeinung der DGQ. Also, die, die DGQ hat, äh, Position entwickelt mit Experten und das herausgetragen und ist dazu gestanden, das war, ja, das ist die Lehrmeinung der DGQ. Und, wenn man angefangen hat, mit aktiven Leuten zu reden, hat man gemerkt, hm, das, das ist problematisch. So, und jetzt, das Glück zu haben und eben auch zu merken in den Vorgesprächen, okay, das ist problematisch, aber man ist auch bereit zu überlegen, wie geht das denn vielleicht anders, ja, dann zu sagen, okay, dann können wir zulassen. Wenn man sagen würde, nee, wir bestehen da drauf, dann hätte man, dann hätten wir dieses ganze Experiment nicht gewagt. Und, und dann ist es, sind es so, so, so immer wieder kleine, Wagnisse, zu sagen, ah, wir müssen erst die Begriffe definieren, zu sagen, hey, vielleicht, lass uns doch mal probieren, loszulegen, ohne die Begriffe zu definieren und gleichzeitig mal die Leute zu fragen, wie heißt das denn bei euch da draußen im Feld? Und mal gucken, ob wir mit den Begriffen arbeiten können, weil wir haben ja die Story formuliert, als Qualitätsmanager, der in einem Unternehmen arbeitet. Und dann können wir ja hingehen und sagen, so, jetzt müssen wir diese Begriffe mal strukturieren, sonst können wir nicht arbeiten, aber wir haben als Basis das, was die Leute da draußen erlebt haben. Und dann ist es so, wenn die Leute merken, das funktioniert, das bringt Ergebnisse. Das ist ja auch das, also, wenn Sie an so einem Punkt im Museum, in einem Unternehmen einfach an der Fehlerkultur arbeiten wollen, das kriegen Sie ja nur geändert, wenn die Leute erleben, hey, wenn ich diesen Fehler offenlege, kriege ich keinen auf den Deckel und wir tun tatsächlich was dagegen und meine Arbeit macht nachher mehr Spaß. Sie haben eine ganz kurze Spanne, wo die Leute bereit sind, das zu wagen und das hat viel mit ihrer bestehenden Kultur zu tun und wenn die schlecht ist, können Sie mit einem großen Rumpf, wir machen das jetzt anders und Leute, ich verspreche euch, kriegt man dieses Fenster hin und dann ist es, halten Sie sich daran, halten Sie sich an Ihre Versprechen. Und das ist an der Stelle ganz, ganz viel Arbeit bei den ersten Fachkreisen gewesen, wirklich, die da sehr eng zu begleiten und zu unterstützen und damit die erleben, hey, das bringt was. Mittlerweile ist es ein Selbstläufer, mittlerweile gucken die einfach links und rechts und sagen, boah, wie geil, die haben den Workshop gemacht und ich war letztens da und da und habe einen Vortrag von denen und denen gesagt, wir wollen das auch. Mittlerweile ist es, wir wollen auch so effektiv arbeiten wie die anderen und dann sagen wir, okay, wir erklären euch, wie es geht. Aber bei den allerersten waren das ganz, ganz kleine Schritte und es ist dieses wahrhaftig sein. und dann, wenn die sagen, hey, das hat aber nicht funktioniert, sagen, okay, haben wir verstanden, hat nicht funktioniert, lassen wir uns zusammensetzen, lassen wir uns gucken, warum es nicht funktioniert hat und wie wir es anders machen. Es gibt Aspekte von Fachkreisarbeit, die haben wir über Bord geschmissen. Also als Stefan dazu gekommen ist, ist eigentlich ein komplett anderes Konzept entstanden, wie wir Fachkreise gründen. Aber am Anfang war ich da ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, also auch in der Kommunikation nach draußen, eigentlich immer erst schauen, dass die, also die Community von innen wachsen lassen. Nicht rausgehen mit, hey, hier gibt es einen ganz tollen Fachkreis und der produziert demnächst ganz viele White Paper. Nee, nee, nee. Erstmal sagen, hey, gibt es irgendjemand, der Interesse hat? Reicht. Und wenn die dann ihr erstes White Paper haben, dann können wir das mal veröffentlichen. Aber wir sagen noch nicht, wir produzieren ganz viele. Also eher zaghaft mit der Werbung sein und das Ding von innen wachsen lassen. Aber da entsteht die Kultur, bei den Leuten, die zusammen was machen. Und das, was für uns das damals Gute war, als du angefangen hast und in vielen Unternehmen kann man es sicherlich sagen, okay, wir sind eine kleine Abteilung, die sagt, wir würden das gerne mal ausprobieren, sozusagen als einen Pilot zu starten und dem Rest zu zeigen, das funktioniert eigentlich viel besser als das, was ihr bis jetzt gemacht habt. Das heißt, Vorleben durch Beispiel, eine Initiative zu ergreifen, das mag sicherlich in vielen Unternehmen, bei vielen Vorgesetzten auch schwierig sein, das reinzukriegen. Aber wenn man, damals waren wir in der Abteilung, die am Ende des Tages kaum Impact hatte, die halt da war. Und dadurch hatten wir das Glück, im Endeffekt keinen Fehler oder nichts noch schlimmer machen zu können. Und dadurch eben Freiheiten hatten, Dinge einfach auszuprobieren. In einem bestehenden Unternehmen mag es vielleicht eine kleine Abteilung sein oder in großen Konzernen, die gründen halt zum Beispiel Startups aus oder kleine Teams oder Bereiche, die sagen, ihr habt jetzt vielleicht ein gewisses Budget und eine gewisse Narrenfreiheit, probiert euch dort einfach mal aus. Wenn es klappt, ist es super, dann ist das ein Beispiel, was vorgelebt wird. Wenn nicht, dann muss man es halt einstampfen und dann war es halt so. Aber dieses Vorleben durch Beispiel und im kleinen Umfeld eben das mal zu starten, ist da, denke ich, eine Möglichkeit, das erfolgreich umzusetzen. Und dazu immer dieses Scouting, zu sagen, okay, wo könnte ich in, also wo entstehen Berührungspunkte zu dem Bestehenden, wo könnten da Probleme auftauchen, ganz, ganz früh hingehen, wer wären da meine Stakeholder und dann mit denen reden und zuhören und zuhören und zuhören und Fragen stellen und deren Sorgen und Ängste verstehen und vielleicht auch in die Community reintragen. Also es war so eine Phase, wo wir sagen, hey, okay, aber wie nehmen wir das auf? Wie gehen wir damit um, dass wir die zu unseren Partnern machen und nicht zu unseren Zeiten, weil sie sich vielleicht an der und der Stelle bedroht fühlen. Wenn man im Inneren wahrhaftig lebt, kann man das zumindest da ganz offen diskutieren. Wenn man das übersieht und da irgendwelche Ängste übersieht und dann wächst das und wächst das und kriegt immer mehr Impact, dann hat man plötzlich eine Mauer aufgebaut und fragt sich, wo kommt die plötzlich her? Beantwortet das von Ihnen Ihre Frage? Ja, das sind genau die Lebensseiten, die man halt eben entdeckt, in denen man sich auch stellt. Gab es bei Ihnen Punkte, wo Sie sagen, da haben wir jetzt das Thema Offenheit, Transparenz und Fehlertoleranz nochmal besonders hervorgehoben, sodass Bedenkenträger in der Lage waren zu sagen, naja, jetzt mache ich mal doch mit, weil die haben ja recht. Ja, dass man das noch fördern kann, weil das ist ja das Problem in Unternehmen, dass wir oftmals gute Leute haben, die aber nicht mitarbeiten. Ja, die immer sagen, lasst die mal machen, das sind ja alles junge Leute, die, die, lasst mal machen. Ja, aber wie kriegt man die an Bord? Ja, dass man halt eben, die, wo man genau weiß, den brauche ich eigentlich auch dabei, wie kriege ich den überzeugt, ohne ihn jetzt zu überzeugen, zu sagen, du musst das. Ja, sondern dass er selbst erkennt, sie machen es anders, sie machen es, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen besser, sondern sie machen es anders und sie kriegen eine höhere Agilität und das ist ja genau die Anforderung, die wir ja gerade heute haben, unsere Entwicklungszyklen ändern sich ja dramatisch. Ja, und wie kriegen wir das hin? Also, ich glaube, der Hauptmotor an der Stelle ist die Produktivität. Wenn sie sowas haben und es funktioniert, ist es produktiv. Und wenn sie in irgendeinem Zusammenhang sind, wo es darum geht, Geld zu machen oder produktiv zu sein, dann ist es schwer, für die anderen das zu ignorieren. Interessiert uns nicht, wenn sie das anbieten. Also, die Größe der DGQ-Community ist im Moment von den Leuten, die sich irgendwo eingetragen haben, 500 Leute. Davon sind 250 tatsächlich aktiv und der Rest ist Peripherie von hat sich vielleicht nur angemeldet und nie was gemacht, aber 250 Leute tun was. Wir haben mal geschätzt und die haben wahrscheinlich im Moment, das sind alles Ehrenamtliche, jeder macht so ein bisschen was, eine Manpower von sieben Vollzeitstellen. Das ist schon was. Wenn sie jetzt hingehen und sagen, hey, wir haben hier Leute, die arbeiten an den und den Themen, habt ihr Interesse, deren Know-how in irgendeiner Form zu nutzen. Das ist ein Angebot, das schlägt man so leicht nicht aus. Das ist das eine. Wenn man denn gute Antwortpunkte bringt und das andere ist wirklich diese, also wenn es um das Modell geht, diese Wirksamkeit zu erleben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass wir halt Normungsvertreter in Normungsgremien haben und die arbeiten ja ganz anders. Aber die jetzt an den Punkt gekommen sind und sagen, ey, diese Wirksamkeit, die wollen wir auch. Könntet ihr uns nicht helfen, eine Community aufzubauen von Leuten, die nicht so weit sind, dass sie sagen, ja, ich gehe in das Normungsgremium und mache da mit, aber auch nicht so desinteressiert sind, dass sie sagen, ich will erst, wenn das Ding fertig ist, Bescheid wissen, sondern irgendwo dazwischen. Ja klar, könnte aufbauen. Und dann merken die Schritt für Schritt, inwieweit sie sich auf diese Offenheit einlassen müssen und merken, hey, das bringt uns was. Weil wir plötzlich in einem Normungsgremium in der Sitzung sitzen und es gibt ein Problem und wir sagen, hey, wir fragen unsere Community und beim nächsten Treffen haben wir eine Antwort. Und dann kam eine Antwort und sagen, wir haben hier 70 Experten befragt und die sagen so und so. Boah, da hast du einen Argument. Ja, da müssen die anderen erst mal gegen anstehen. Und das, was eben Leute überzeugt, da sich mit zu engagieren, ist aus unserer Erfahrung einfach der Mehrwert für sich selbst. Weil jeder sich durch diese offene Kommunikation und durch diese Fehlertoleranz ganz anders weiterentwickeln kann, weil man sich nicht mehr in so ein Kokon zurückzieht und Angst haben muss, sondern viel mehr Mut entwickelt und auch mal neue Dinge ausprobiert. Und man sieht in seiner Arbeit einen anderen Mehrwert und bekommt einen anderen Spaß, weil man keine Angst mehr haben muss davor. Oh, wenn ich jetzt irgendwas mache, kriege ich sofort auf den Deckel. Sondern zu sagen, Fehler ist passiert, da lerne ich draus und werde hinterher besser. Also so einen Wert auch zu bekommen und dadurch durch diese Art zu arbeiten, Spaß dran zu bekommen, sich weiterzuentwickeln und diese Offenheit zu haben und dann zu merken, Mensch, darüber werde ich ja noch produktiver, noch besser und entwickle mich selber. Also eben auch Bedenkenträger da einfach mal mit ranzuholen und mitzunehmen, mit an die Hand zu nehmen. Ich hatte in diesem theoretischen Video hatte ich hier bei diesem Hineinwachsen von dem Konzept von Legitimate Peripheral Participation von Leight & Wenger. Ich glaube, der Link ist unten drunter erzählt. Wenn Sie sich überlegen wollen, wie baue ich das auf, dass Leute in so eine Kultur reinwachsen, auch wenn sie sehr vorher fremd sind, da sind eine Menge, das ist ein ziemlich cooles Buch, wie sowas funktioniert und was so die verschiedenen Aspekte sind. Wie baue ich so Transparenz auf? Wie mache ich eine Kultur, wo die Leute wertgeschätzt, ihre kleinen Lernschritte schon als wertgeschätzt empfinden und so weiter. Das ist ein Ansatz, wo die auch verschiedene solche Communities of Practice beschreiben. Das ist ziemlich gut. Also wenn Sie Lust haben, sich in die Richtung weiter in die Tiefe zu gehen, das ist ganz gut. Ist das noch eine Meldung hier? Also ich habe jetzt erst mal keine neue Meldung entdeckt in dem Chat. Ich wollte fragen, hat noch jemand eine Frage? Wir sind jetzt, wenn ich auf die Zeit gucke, schon etwas überplanen. Deswegen, wenn es jetzt noch eine letzte Frage gibt, würde ich die gerne noch weitergeben. Ansonsten würde ich noch meine Abschlussfrage stellen, die ich jetzt häufig zu Videointerviews mache. Es gibt ja immer so, die eigenen Ziele, die eigenen Herausforderungen für die nächsten zwei Jahre. Was sind denn ihr, von Ihnen beiden, so die großen Herausforderungen, die Sie jetzt in den nächsten zwei Jahren noch lösen wollen, was Sie als die Hauptziele sehen? Für die nächsten zwei Jahre ist es wirklich, wie groß kriegen wir diese Community, wie sehr kann die sich selber betreuen? Also weil wir nicht, immer sagen wir brauchen noch einen neuen Community Manager, wir brauchen noch einen neuen Community Manager. Also dass das nicht linear wächst. Das heißt, dass wir ganz viel selbstfragende Strukturen aufbauen müssen. Das ist die Herausforderung drinnen. Und der Bedarf nach Wachstum ist da. Und dann ist es ganz stark dieses wenn die, ich sag mal, die Produktivität der Community rüberschwappt in andere Bereiche, die eher linear unternehmensbasiert, eigentumsbasiert, hierarchisch organisiert sind. Weil die sagen, ja das taugt. Wie kriegen wir da die Schnittstelle hin? Und was? Also das ist eine organisationsentwicklerische Aufgabe. Gleichermaßen in der Community, zu sagen, hey da muss die Community sich anpassen an bestimmte unternehmerische Strukturen, als auch in dem Unternehmen. Zu sagen, hey vielleicht lohnt es sich an der und der Stelle uns zu öffnen und selber vernetzter zu arbeiten. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Das kann dazu führen, dass ganz große Teile des Vereins als vernetzte Organisation arbeiten, wovon manche professionell und manche ehrenamtlich sind. Oder dass die Community ganz viele direktiv gesteuerte Prozesselemente aufnimmt und sagt, ja, aber wir sind dann effizienter, wenn wir uns daran halten, auch wenn wir die von irgendwelchen hauptamtlich angestellten Mitarbeitern diktiert bekommen. Und da die Balance zu finden, da mögliche Konflikte rechtzeitig zu erkennen und so, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ja. Ja, also eben auch diesen Wert der Arbeit, die passiert, noch stärker in unsere hauptamtliche Organisation zu bringen und eben dann noch ein Stück kommunikativer, öffentlichkeitswirksamer aufzutreten, doch da ja ganz, ganz hink dran an und das sind, ja jetzt, das ist so eher kurz- bis mittelfristig und das, was du gesagt hast, ja, wirklich das langfristige, wenn man die anderen beiden funktioniert, sich nicht benachlässigt. Ja. Gut. Also, ich schalte jetzt noch mal alle Mikrofone frei. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie heute Zeit hatten und fand es auch sehr spannend und hochinteressant, was sich da im Bereich Community bei der DGQ selber tut. Das war für mich auch ein Einblick da rein, wie viel dort eigentlich lebt und ich bedanke mich wirklich vielmals, dass Sie beide Zeit hatten und jetzt sind die Mikrofone auch der anderen Teilnehmer noch offen. Ja, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Toll, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, das auch mal so darzustellen, was wir hier tun.